Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat dem Siegeslauf von Borussia Mönchengladbach mit dem 3 zu 1 Heimerfolg ein Ende bereitet. Zum Auftakt des neuen Spieltag siegte das Team von Trainer Christian Streich am Ende durchaus verdient. Die Stimmen. Christian Streich, Trainer SC Freiburg, es war ein extrem schwieriges Spiel, aber wir sind so leidenschaftlich angelaufen. Wir hatten eine brutale Laufleistung, und nur so geht es. Dadurch haben wir uns dann auch die Chancen erspielt. Taktisch und defensiv muss ich heute echt den Hut ziehen vor den Jungs. Dieter Herking, Trainer Borussia Mönchengladbach, wenn man ein Spiel verliert, ist es natürlich erstmal ein Rückschlag. Wir wussten aber, dass es wieder Spiele geben wird, bei denen wir nicht als Sieger vom Platz gehen. Wichtig ist, dass wir jetzt die richtigen Lehren ziehen. Wir hatten im letzten Drittel nicht die Konsequenz und waren leicht zu verteidigen. Wir hatten ente vergessen, dass wir jetzt die Konsequenz durchleisen, im letzten Jahr ersten Wiedersehen älter, in der Zeit zu Inter dalej.